Innsbruck, die Perle Tirols, eigentlich natürlich nur die Hauptstadt Tirols, ist definitiv ein Reise wert, wie ich finde. Weil die Stadt spannend ist, nicht nur mit dem goldenen Dachal, was es da zu besichtigen gibt, sondern das hat eine schöne Altstadt, direkt am Inn gelegen, tolle Restaurants, Kneipen, eine sehr schöne und aktive Kulturszene und Innsbruck hat eine irrsinnig vielfältige Umgebung. Der Patscherkofel, im Prinzip der Hausberg auf der Südseite, die Nordkette auf der Nordseite, also im Prinzip ein Teil des Karwendelgebirges, sehr, sehr steil, sehr einsam oben zu wandern, hochfahren und in die Nordkette kann man mit der Gondel, auf dem Patscherkofel kommt man mit der Gondel. Aber man kann auch hochwandern, direkt aus der Stadt heraus, das ist schon was Besonderes, aus einer Großstadt heraus, in die Berge losziehen, vom Hotel losziehen. Hotel, mein Tipp muss ich sagen, wirklich das Hotel Innsbruck, heißt so wie die Stadt, ist komplett im Zentrum der Stadt, also am Rande der Fußgängerzone, nicht zu teuer, gutes Frühstück und Abendessen braucht man eh nicht in Innsbruck, weil es so viele Restaurants in Umgebung gibt. Also wer zentral wohnen möchte, ist das Hotel Innsbruck, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Und dann, ich habe es gesagt, in die Umgebung losziehen. Patscherkofel zum Wandern, die Nordkette zum Wandern, aber eben auch das Stubaital. Man ist in einer Viertelstunde im Stubaital. Im Stubaital gibt es beim Hotel Holzknecht in Neustift ein traumhaft schönes, kleines Schwimmbad. Das ist ein Badesee, habe ich noch nie gesehen. Das gehört zwar zum Hotel, aber ich kann als als Mensch von außen da hingehen und bekomme für acht Euro einen Service unglaublich. Natürlich eine Liege und einen Sonnenschirm brauchte ich, weil jetzt wirklich die Sonne geschehen hat. Und dann ist das so ein naturbelassener Badesee, gar nicht groß, wir sind vier Minuten durchgeschwommen. Aber so idyllisch, so einzigartig, so individuell, habe ich so noch nie gesehen. Am Vormittag war ich paragliden und wandern, bin da mittags hingefahren. Also ein Paradies, das Stubaital. Dann gibt es die Aksamalizum, ein weiteres Wandergebiet. Also in jede Richtung kann man im Prinzip von Innsbruck losziehen, die Berge erkunden. Man ist natürlich mit dem Brenner auch ganz schnell in Südtirol. Also das ist eine Stadt, die kann ich als Stadt in Wert setzen und kann die Landschaft ohne Ende in Wert setzen. Und das geht im Sommer und natürlich auch im Winter, weil all die Orte, die ich jetzt genannt habe, sind natürlich auch Skigebiete. Also Innsbruck ist unbedingt eine Reisewelt, nicht nur mal so vorbei oder mal rein in die Stadt und wieder raus, sondern wirklich sich ganz bewusst mal Innsbruck aussuchen und da zumindest mal vielleicht eine Woche Urlaub machen. Schönes Ziel von Innsbruck aus ist definitiv auch Seefeld. Halbe Stunde hinfahren von Innsbruck, auf 11, 1200 Metern gelegen, so ein Hochplateau. Also sehr, sehr schneesicher im Winter, muss man sagen. Und Seefeld ist, ja, da macht man keine großen Höhen. Das ist ein perfektes Wandern und vor allen Dingen auch Skilanglaufen im Winter oder Schneeschuhwandern im Winter. Seefeld liegt sehr, sehr idyllisch, hat natürlich auch gute Restaurants und sehr, sehr gediegen am Ende des Tages. Aber von Innsbruck aus wirklich ein Besuch wert, noch mal zum Wandern, wenn man keine großen Höhen erklimmen will und im Winter noch mal ein Paradies für Langeläufer, nicht umsonst, finden viele Wettbewerber der Olympischen Spiele und der Weltmeisterschaften immer in Seefeld statt. Wer weitere Infos noch haben möchte, gerne auf meinen Blog gehen www.mekameind.de www.mekameind.de